Au! Schlechte! Ja! Danke Storm. Ich bin auch schon wieder fast hin. Ich habe eine AK, ich bin glücklich. Ah, der wartet auch noch vollautomatische Kampfschrottflinte, die hat zehn Schuss. Was ist da hinten? Die schwarze Ding, die Schrottflinte neben der AK ist eine vollautomatische Kampfschrottflinte. Wir brauchen nicht, ich habe AK. Jetzt haben wir irgendwie alle AK, bis auf den Wahnsinn mit seinem Granatenwerfer. Reaper, könntest du mich bitte schön heilen? Ja klar, warte, wie? Medikit ausrüsten und rechtsklicken auf ihn. Spitter! Ma! Au! Medikit ausrüsten. Wie? Ähm, Mausrad. Beziehungsweise, wie wechselst du Waffen? Wie wechsle ich die? Wie wechsle ich aufs Medikit? Ähm, mausrad normalerweise. Du musst halt die Taste drücken, wo du deine Waffen wechselst. Primär auf Hauptwaffen. Oder die Zahlen auf der Tastatur. Was? Zahlen auf der Tastatur. Oder die Zahlen auf der Tastatur. Ist die Nummer 4. Reagiert auch nicht bei mir. Ähh. Du alles. Ich verwende momentan grad die Tastatur. Funktioniert nicht. Rush, schmeiß deinen scheiß Granatenwerfer. Schmeiß bitte diesen verfickten Granatenwerfer. Schmeiß. Ähh. Hast du nur, äh, 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 das Dings, ähm, Gatebattenbenutzung? Ich hab keine Medikit. Sicher schon. Doch, hast du. Man sieht sie auf deinem Rücken geschnallt. Oh, hier kommt was daher. Wie wechselst du die Waffen bitte, Hannes? Ähh, Reaper. Ja genau. Mit Dreieck. Aber? Nur die Waffen. Ich kann nur die Waffen wechseln. Ähh, probier mal alle anderen Tastatur oder geh kurz in die Konfiguration rein und schau. Wo du es hin gleich hast. Ah, ich bin wieder auf 1hp. Rush, hör auf mit den Granatenwerfer schießen, wenn wir da sein, bitte. Ah, ich bin wieder getroffen, ey. Ja, das bin ich wieder jetzt grad. Das war ich jetzt. Entschuldigung. Ja, ich wurscht. Nicht, wenn ich grad im Menü bin! Au! Was war das jetzt? Du hast mich erschossen, Reaper. Warum? Warum? Ich war dein Freund. Wieso hast du mich abgeknallt? Ich hab so gewusst, dass sowas passiert. Wieso haben wir die Kampagne jetzt nur noch mal schafft. Reaper, warum hab ich mich abgeknallt? Wieso? Weil ich umringt von Zombies war und ich grad im Menü drein war. Aha, okay. Okay. Nein, das ist schon wieder gestoppt. Auf jeden Fall, weil ihr... Geht? Das sind zu weit. Jetzt wär ich nämlich da oben gleich ein Raum kommen, wo ich wiederbelebt werden kann. Wie auch immer. Und da wäre es ganz nett, wenn ihr mich dann freundlicherweise da rauslassen würdet. Und wartet auf den Reaper, weil der ist grad ganz weit hinten. Okay, passt. Ja, komm vor. Down! Hä? Okay. Du hast es... Du hast es... ... mit der Haschnitte. Du hast es... Aber... Du kannst mich veroutsen, bitte. Die Horses. Ja genau, Rorschauer, lass mich am lauten, bitte. Danke. Da drei einseits hier. Da oben. Boah, Char-Cchar. Tot. Passt. Passt. Okay, Storm, wie weit bist du um was vom Zustand... Aua! Da bin ich. Wenn soll ich heilen. Heil dich selber, heil dich selber. Einfach links klick, heil dich selber. Sehr gut, drauf halten. Okay, jetzt haut es heraus. Entschuldigung für die Aktion davor. Passt, schade. Das mit der Entschuldigung ist ein bisschen, ich glaube mir das nicht. Das ist immer so eine Sache, wenn man sich die umbringt. Du ich nix mehr drinnen, du ich nix mehr drinnen. Das ist immer so eine Sache, wenn sich der Mensch entschuldigt und auf. Ich glaube halt, ich will mich entschuldigen. Und man weiß, wie er eigentlich tickt. Nein, der ist doch ein ganz fürsorglicher Vater. Achtung, ich geh ganz kurz mit raus. Heute, die Zombies los. Pipe, pipe, pipe. Woher kommt der Wix jetzt auf einmal? Na! Was? Na, Blitz in. Storm, wieso bist du auf einmal von meiner Nase gestanden? Ja, weil ich versucht habe dir zu helfen. Ahm, Medipex, Medipex. Ah, das Waffen, tschau. So. Einer, einer, einer. Jetzt wird, jetzt hat der, jetzt hat Reaper Freude. Schau, du kannst da jede Waffe, was es im Spiel gibt, kannst du da nehmen. So, da ist ein Scharfschützengewerd, kannst du auch zoomen mit denen. Ja, das ist gut, ein Tragunoff ist rein. Ja, ich bleib bei der AK. Da ist, das ist ein Pseudotragunoff, 30 Schuße. Ah, ich schnapp mir das. Äh, und da, ich gerade stehen. Ich bin mir überlegt, was man kurz rumsteigt. Ja. Ah, und da, ich, und da, wie gerade stehen, sein Laser Sights, die verbessern eure Treffsicherheit. Dann trefft ihr nochmal besser mit, mit die Waffen. Ja, wo ist es da? Hm. Glaub, das, ich weiß es jetzt nicht. Lass mich mal überlegen. Ah, da ist noch ein Medikit. Ich hab ein Medikit, da braucht wir uns. Ah, nimm es einfach mit. Ah, nimm es einfach mit. Passt. Medikits sind Dinge, ist eines von den Dingen, die du immer bei dir haben willst. Aber ich bleib bei der alten Hunting Rifle, weil die taug mir ein bissl besser. Da ist noch ein Medikit. Ja, nachher nehm ich da mal einen Granatwaffen wieder mit. Mhm. Passt noch, Medikit. Ah, Rush. Ja. Rush, hol da das Medikit. Bei uns ist noch ein Mediholster. Rush. Kannst du bitte einfach mal deinen Granatwerfer loslegen? Hey, Bussi, hol da das Medikit. Granatwerfer ist die wichtigste Waffe. Nein, für dich nicht. Besser ist ein Sniper gar nicht. Nicht in deinen Händen. Ja. In engen Räumen sehr zu empfehlen. Ah, bei mir sind Adrenalin, ich hab Adrenalin da noch anzulegen. Wo? Ja, wo? Aber es braucht noch. Da. Hebt's wohl aus noch. Gleich gleich einer. Also, Rush hat ihn schon mitgenommen. Warte. Okay. Also, jetzt bitte einmal strategisch vorgehen, weil das euch jetzt lustig werden. Ähm, warte. Ich habe einen Nahkampf... Es bleibt oben, ich geh runter, weil ich hab Snipe und ich hab Nahkampfwaffe. Es bleibt oben und hält. Ja, ich hab eben... Oder warte. Rush, Rush und Reap, ihr bleibt oben. Gebt uns Feuerunterstützung. Ähm, Diamond... Warte, ganz kurz. Warte, ganz kurz. Ich hab gerade einen Molotow-Kokken. Nee, es bleibt unten, während die mit den Granatenwaffen erfolgen. Nein, du Ballerspitzen. Ja, wir haben Granaten. Sehr intelligent. Also, was wolltest du sagen? Strategisch. Strategisch. Wir beide haben Nahkampfwaffen. Also, ich und du, Diamond. Wir gehen rein. Ihr beide gibt uns von Unfeuerunterstützung. Rush, du nimmst bitte die Pistolen. Warte jetzt einmal noch kurz. Also, die Zombies sollen überleben und die Menschen sollen sterben, oder? Ah, ich hab's verstanden. Ja. Also, ich schnapp mir die Cola, weil ich renne nachher los. Passt das? Ich glaub, ich ist sicher ein Mensch. Aber wenn's nicht so wohl, wo ziehst du mir hin? Kennst das auch, wenn euch gegenseitig über den Haufen zu schießen, ist voll Mongos. Also, ich schnapp... Ich hab den Kopf vorbei. Storm, stell dir zur Tür, ich geh jetzt Cola holen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Passt. Warum kämen die von oben? Weil sie von überall her kämen. Also, ich komme, ich komme, ich bin da, rettet mich! Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Ich kann das... Äh, äh... Wohin, Diamond? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Okay. Aber jetzt kann der Rushauer auch mit seinem Granatwerfer, mit seinem Beschissenen durch die Gegend fallen. Ich bräuchte ein bisschen Rückenschiffung hier oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Achtung, Achtung, ich bin bei der Tür. Eine, 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 eine. Durch, durch. Durch, passt, passt gut. Achtung, gleich kommt die Rakete. Und bumm. Und wieder runter. Passt. Ja, wir gehen jetzt, aber nicht, wir gehen jetzt, bevor wir weitergehen, gehen wir noch in den Empire eine, weil da drinnen kriegen wir noch, äh, andere Sachen. Äh, Reaper Dino und mit rechter Maustaste kannst du Narkampfangriffe machen, also ich weiß nicht, auf was für eine Taste du es gelegt hast. Dann machst du Narkampfangriffe und dann kannst du die Infizierten zurückschrauben, äh, schubsen. Ich weiß, welche Taste das ist. Hä? Ich weiß, welche Taste das ist. Ja, ich würde die öfter verwenden, vor allem wenn du grad nachladest. Dann schauen wir mal, was wir da drinnen noch haben, im Einkaufszentrum. Vielleicht finden wir einen Katana. Ah, nicht viel. Ein Pipon vor drinnen und ein bisschen Munition im Hintergrund, ganz so hinten. Ja, weil ich hab da drein einmal im Einkaufswagen eine Katana gefunden, das war recht lustig. Ich hab einmal eine Katana gefunden, das hat in einem Zombie und einen Baum gesteckt. Jetzt hat der Zombie einen Baum genagelt, das ist wohl lustig. Ja, das denk ich mal. Nein, liegt nichts Gescheites drinnen. Okay, dann gehen wir weiter. Ah, der ist auch da. Ich hab irgendwo eine Witch. Nein, kein Bitch, bitte. Wo ist eine Bitch? Ah, Rush heil die nachher am besten gleich. Ja. Und die schirr sie auch. Oder warte, mach ich das dann auch. Ist gescheit. Könntest du bitte kurz warten, ich bin noch am Weg. Wir warten, ob die müssen so ein paar Zombies killen. Oh cool, Diamond 3000 Protected Deeper Leonhards. Sehr schön. Bei mir in der Nähe ist schon irgendwas. Äh, kommen wir einfach zu uns. Äh, Scheiße. Ich wurde gerade gehuntert. Hunter, Charger, Hilfe! Man muss eigentlich wieder alle retten. Danke schön, du bist ein guter. Danke. Hannes, da pillen. Äh, nimm Adrenalin, nimm der Adrenalin. Warte, Diamond stehen bleiben, da pillen. Danke. Ah, da spritzt das Adrenalin rein. Passt. Wulsch die Bitch. Jetzt sind wir beide mal beim nächsten Safe Room. Irgendwer ist schon am krepieren. Reaper, du bist schon am draufgehen schon wieder. Diamond ist auch am draufgehen. Warte. Das macht nix. Ich hab nur genug. Nein, wir haben nicht mehr Zwischen. Jaaa. Was führts des? Auf bitte. Ich hab ihm Reaper geholfen und der hat mich über den Haufen geschossen. Äh, vor lauter Zeit. Ja, neben dir war ein Zombie, verdammt. Und du läufst zwischen mir und nen Zombie ein, ich doll. Ripper, 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 Ripper. Ripper, Ripper, Ripper. Ganz ruhig da, da nimm deine Beruhigungsbilden. Ja, danke. Ah, da liegt noch ein Medikid bei mir. Kinder, bei mir haben noch ein Medikid. Ich hab gleich mal im Safe Room ein Medikid. Ups. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Wo seid es alle hin? Ah, da seid es. Oh Gott. Wir sind ja so ein super Team. Wir arbeiten alle zusammen. Ja, ins gegenseitig zu grillen. Auf den Seite warten wir hin. Und niemand in unserem Team geht sich in einen anderen Weg um. Yay. Braucht irgendwann noch ein Medikid. Ja, ich halt noch einen Platz frei. Ich bin aber, ich weiß noch nicht wo ich stehe. Ja, weil ich in dem Zelt habe, wo ich stehe. Da ist noch eins drin. Ja, ich hab's gefunden. Danke. Schlechi. Ciao Zombie. Bist du Thaddeus? Bist du Thaddeus? Wo ist Thaddeus? Holt sie ja mal her. Ja, das ist Thaddeus. Ähm. Da ist der Safe Room. Eine mit euch. Eine, eine, eine. Warte aus. Was ist ein Safe Room? Nicht eine gehen. Das bitter ist dran. Echt? Wo? Ja, das bitter ist dran. Dankeschön. Ja. Eine, eine, eine. Eine, eine, eine. Eine, eine, eine. Wollt ihr euch zuerst noch heilen oder soll ich es so machen? Ja, machen wir zu. Ich hab schon zu. Entschuldigung. War schneller. Hast du schon. Ich hab immer noch genug Granatenwaffen. Ach du Schande. Jetzt wird's wirklich eng in dem verdammten Kaufhaus. Und Ron hat immer noch Munition fällt. Flucht nochmal. Ich hab immer noch 15, 16 Schuss. Man, bitte. Rush, mach schnell eine andere Waffe. Bitte. Um Himmels Willen. Nimmer andere Waffen. Das überleben wir nicht. Jawohl, jawohl. Ein paar Granatensplitter tun nix. Ja, allerdings nicht, wenn sie dir im Hirn stecken. Und Tüppel schon hat er was mit Granatwaffen. Vielleicht nur ein paar Kopfschüssen. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben uns alle wieder. Ja. Holt jetzt gleich mal die zwei Mädels. Mal schauen, was die dazu beizutragen haben zu dem Spiel. Ja, Rush sagt, sie sollen mit uns interagieren. Sie sollen zuschauen. Oh. Dein Leben interagiert. Wer erwartet das? Verfolgst du etwa mein Leben? Dein Leben ist ein Leben. Dein Leben wird es erleben, wie das Leben erledigt. Ah, Reaper, da ist noch Mediket für dich. Schnapp's da. Schnapp das Mediket für dich. Ja, ich bin noch nicht reingewessen vielleicht. Wo? Da. Hä? Monition, wichtiger? Mach' Granatenwaffen auspacken. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße, das ist der Wahnsinnige. Lott weg von dem Ding. Äh, von ihm. Wie auch immer. Ich muss irgendeinen Mod installieren, dass für alle Spieler, ähm, Granatenwerfer deaktiviert wurden, weil ansonsten geht das nicht gut. Oh Gott. Ah, das muss ich nachher jeder Spieler installieren. Ja. Oh, ich hab, hey, äh, Molotow-Cocktail hier. Molotow-Cocktail hier. Molotow-Cocktail hier. Molotow, Molotow hier. Ja, warte, ich komm schon. Brauch' eh einen Molli. Eh? Du brauchst schon einen Eh-Molli? Ich brauch' eh einen Molli. Achso. Du brauch' eh einen Eh-Molli. Wir sind nicht beim Pokémon-Couten-Spiel oder sonst was für ein Pokémon-Spiel. Da unten läuft schon wieder eine Amok. Na, na, wer kann das gleich sein? Ich bin grad beim Holzen, äh, Axten, äh, wie auch immer. Oh, lololololol. Oh, scheiße. Mitstücken. Ich hab meine Puppe getötet. Helst mich mal einigrand. Ich glaub, die Hälfte der Medikits, die wir heut' verbrauchen, gehen gleich deswegen drauf, weil wir uns gegenseitig hinderhauen. Reaper, 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 schnell zu mir. Achtung, Hunter, Hunter, Hunter. Reaper, schnell zu mir. Reaper, hinter dir, schnell. Bitte. Du musst mir helfen, da. Bei mir. Schau, 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 schau. Nach rechts. Ich seh dich nicht. Ah! Komm her, komm her, komm her.